Herzlich willkommen bei Sweet Life Sunshine. Zu den schönsten aktuellen Backtrends gehören die sogenannten Naked Cakes, zu deutsch nackte Kuchen. Meist handelt es sich um mehrstöckige Torten, die bereits von außen ihre einzelnen Schichten erkennen lassen. Naked Cake eignet sich für verschiedene Anlässe wie zum Beispiel Geburtstagsfeiern oder auch als Hochzeitstorte. In diesem Video zeige ich euch eine tolle Variante eines Naked Cake aus Waffeln. Hierfür benötigt ihr 5 Waffeln. Das Grundrezept hierzu habe ich euch bereits vorgestellt und verlinke das Video zum Rezept unten in der Infobox. Außerdem benötigt ihr 300 Gramm verschiedener Beeren nach Wahl, zum Beispiel Heidelbeeren und Himbeeren, 200 Gramm kalte Schlagsahne, 125 Gramm Speisequark, ein Beutel Gelatine Fix, 60 Gramm Zucker und drei Esslöffel Zitronensaft. Und nun kann es losgehen. Die Schlagsahne mit Gelatine fix steif schlagen, den Quark, den Zucker und den Zitronensaft in einer Rührschüssel glatt verrühren, dann die Sahne unterrühren. Die Heidelbeeren halbieren, falls diese zu groß sind. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.